Moin Moin, herzlich willkommen zum Bildbesprechungssamstag. Mein Name ist Frank Fischer und heute gibt es hier aus dem Piezmoor bei Schnewerding und Bisping eine frische Bildbesprechung. Nur für dich da draußen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Frank Fischer. Ich freue mich super, dass du wieder dabei bist beim Bildbesprechungssamstag. Du weißt, dass ich versuche immer dann, wenn ich unterwegs bin, das eine oder andere Intro zu drehen. Manchmal sind die Intros deswegen auch schon zwei, drei Wochen und manchmal auch zwei, drei Monate alt. Es ändert aber nichts daran, dass sie trotzdem immer aktuell zur Folge passen und so ist es auch heute. Heute eine Folge zum Thema Landschaftsfotografie. Wo wir beim Thema Landschaftsfotografie sind, mein Hinweis an dich. Es gibt einen fortgeschrittenen Landschaftsfoto-Workshop im Piezmoor bei Schnewerdingen in der Lüneburger Heide mit mir im November. Unter dem Motto Moor Tristesse fotografieren wir gemeinsam hier auf einem Workshop im Piezmoor. Wenn du da Bock drauf hast, dann folge doch dem Link unter dem Video oder dem, den du über die Infokarte erreichst. Jetzt genug gesappelt zu meinem Workshop. Jetzt gucken wir uns deine Fotos, die du eingesendet hast, von heute an. Bevor wir zu dem ersten Foto von heute kommen, das erste Foto von heute, das ist von der Brigitte Wirz, habe ich hier eine Ansage zu machen. Und zwar folgendes. Ich habe es dir mehrfach gesagt, bitte schickt keine Bilder an info at ff-fotoschule.de, sondern alle an bildbesprechung at ff-fotoschule.de. Dafür gibt es die FAQ auf der Webseite ff-fotoschule.de. Da geht ihr einfach mal in das Suchfeld oben, untersuchen, gebt FAQ ein, dann findet ihr alle Daten, die ihr wissen müsst. Alles, was an Info geht, lösche ich ungesehen. Also alles, was an Bild, Einsendung für die Bildbesprechung gleich hingeht. Denn unter uns, da empfange ich Bilder auch auf den Mobile Devices, auch im Ausland. Und das finde ich einfach nicht schön, wenn ihr da was hinschickt und euch nicht an die einfachen Regeln haltet, die für diese Bildbesprechung gelten. Dann möchte ich noch sagen, dass ich mich trotzdem natürlich freue über jede Einsendung. Ihr seht es auch, wir machen hier eine Sonderfolge zum Thema Landschaftsfotografie und die war nicht angekündigt. Dafür habe ich bis zum Jahresende die offiziellen Sonderfolgen alle jetzt auf meiner Facebook-Pinwand, auf der Frank Fischer Fototrainer Facebook-Pinwand angepinnt, sodass ihr dort die Daten sehen könnt und auch sehen könnt, was als nächstes an Sonderthemen hier mit auf dem Schirm ist. Jetzt kommen wir zu dem Bild von der Brigitte. Brigitte war mit auf Fotoreise in Berchtesgaden. Das habt ihr, glaube ich, sogar in der Folge, als wir gemeinsam auf Berchtesgaden waren, gehört. Und dieses Foto hat sie ganz offensichtlich, wenn ich hier so hingucke, einen Tag vorher gemacht, also einen Tag bevor wir angereist sind. Sie war nämlich schon ein paar Tage vorher da, hat das Ganze mit einer privaten Reise verbunden, was ich sehr schön finde. Und hat dieses Foto hier am Hintersee gemacht. Brigitte, mir gefällt das Bild ganz gut. Du kennst mich und insofern, du wirst schon wissen, was mir nicht gefällt. Mir gefällt nicht oben dieses Stückchen Himmel. Warum das da ist, weißt nur du. Und da du das weißt, schreib es hier unten in die Kommentare. Und ich fände es schöner, die Kühe würden gucken. Und da kann man ja für sorgen. Man kann ihnen die Hände klatschen, laut brüllen oder weiß der Gär was. Irgendetwas tun, damit die aufschrecken und nach oben gucken. Ja, mach das nicht bei jeder Kuh. Ich weiß, das ist nicht besonders tierlieb und so weiter. Nein, ihr sollt sie natürlich nicht erschrecken, sondern nur aufmerksam machen. Und das wäre schöner, als wenn das so aussieht, als würde hier der Vogel Strauß den Kopf in den Sand stecken. Sonst finde ich es ein ganz gutes Landschaftsfoto mit einer schönen Abgrenzung aus Vorder-, Mittel- und Hintergrund. Und ich finde tatsächlich auch die Aufteilung unten mit ungefähr dem Viertel, hier Ufer, ganz gut gemacht. Dafür, dass die Lichtsituation nicht die beste war, sieht mir nämlich nach Mittags aus, ist es ganz gut gelungen, Brigitte. Bild Nummer 2 ist von Christian Helmich. Und der Christian, der hat hier ein Bild eingesandt, auf dem Pinguine zu sehen sind. Das heißt, es ist irgendwo tief, tief im Süden gemacht. Ja, Christian, ich finde auch das eine ganz gute Landschaftsaufnahme. Das hat vielleicht auch schon ein bisschen was in der Tieraufnahme, aber nah so richtig nicht, weil die Pinguine doch sehr klein sind. Was mir hier auch sehr gut gefällt, ist die Aufteilung. Also oben mit einem Drittel Himmel. Da finde ich es auch völlig ausreichend, die Menge an Himmel. Mehr Himmel würde nur dafür sorgen, dass es total ablenken würde, denn der ist natürlich relativ einfarbig und damit nicht besonders fotogen und hübsch anzusehen. Dann habe ich hier mal in den Hintergrund reingescrollt. Das sieht mir oben links so aus, als sei da Küste, hinten am Ende des Horizontes quasi. Das kannst du vielleicht nochmal beschreiben, wo das Bild gemacht ist. Ich finde hier vorne den Felsen ganz schön und auch die anderen Felsen, die da drin sind. Ich finde die Belichtungszeit auch ganz okay. Die Wellen sind zwar relativ stark eingefroren, da scheint ja auch noch eine Boje im Wasser zu sein. Das heißt, es ist nicht so ganz weit ab der Zivilisation. Den Fels hätte ich vielleicht ganz mit drauf genommen, also rechts im Bild nicht so angeschnitten. Aber ansonsten ist es ganz okay und von der Bildaufteilung, was vordernd Hintergrund betrifft, auch ganz gut. Bernhard Böhmer hat auf dem Jaufenpass fotografiert und hier so ein aufgestapeltes Steinmännchen fotografiert. Und ja, an sich eine ganz schöne Aufnahme. Was mir sehr stark auffällt, Bernhard, ist zum einen der extreme Magenta-Stich in den Wolken. Also es ist sehr farbstichig, das Bild. Zumindest sehe ich das hier so. Dann sehe ich, dass du ganz viel Dreck auf dem Sensor hast. Der muss unbedingt gereinigt werden und du kannst nicht ganz so stark abblenden. EXIF-Daten sind nicht dabei, deswegen kann ich nicht nachgucken, mit welcher Blende du fotografiert hast. Und wo das so stark sichtbar ist, ist wahrscheinlich eine sehr geschlossene Blende, weil ja auch hier der Vordergrund und der Hintergrund scharf sind. Dadurch treten all die Dreckflecken, die auf deinem Sensor sind, mit zutage im Bild. Das ist gar nicht schön. Diese sehr einheitliche Wolke oben rechts finde ich auch nicht so richtig schön. Aber meistens stirbt mich die Farbe. Und dann habe ich jetzt eine Bitte an alle, die in der Natur unterwegs sind. Stapelt nicht überall solche Steine auf. Und das ist recht nicht so hässlich wie hier. Ich kenne jemanden, der macht das ganz, ganz toll. Ich glaube, ich habe auf ihn schon mal verwiesen. Den Dietmar. Dietmar war mit mir schon mal auf Island. Ihr findet Dietmars Facebook-Seite verlinkt hier in der Videobeschreibung. Guckt mal dahin. Der Dietmar, der macht ordentliche Steinhaufen, die auch wirklich richtig geil aussehen und die als Kunstwerk ohne weiteres durchgehen. Deswegen heißt seine Facebook-Seite auch Creations in Nature. Das hier ist einfach nur von irgendwelchen Touris, die vorbeigelaufen sind, lieblos oder relativ lieblos aufeinander gestapelt. Finde ich nicht ganz so schön. Denn sonst, wenn das Bild jetzt ein bisschen neutraler wäre und der Steinhaufen wäre nicht, sondern es wäre einfach nur dieser Fels im Vordergrund, wäre das, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Landschaftsaufnahme, wo wir sehr viel Tiefe hätten und sehr viel zu entdecken. So ist das halt sehr dominant, sowohl mit dem Sensordreck als auch mit dem Haufen hier im Vordergrund. Das macht das Bild meiner Meinung nach so ein kleines bisschen kaputt. Josef Bullinger hat dieses Bild hier eingesandt und das finde ich auch wirklich sehr gelungen. Josef, was ich anders gemacht hätte, ich hätte hier unten auf dem rechten unteren Drittel, also da genau am Bildrand, diesen hellen Stein beseitigt oder aber nass gemacht, damit er dunkler geworden wäre und da nicht so am Bildrand so hell sitzt. Sonst auch eine sehr schöne klassische Bildaufteilung. Du hast ein bisschen mehr nach unten geschwenkt, bist nicht ganz so tief gegangen. Das ist hier aber in Ordnung, weil der Brocken, der dort rechts im Bild liegt, schon noch vor den Horizont ragt. Das ist gut gemacht soweit. Ich mag es, dass wir so auf den Grund gucken können und das, obwohl es ja ganz offensichtlich am Meer ist und man da normalerweise eben nicht so unterweiter so auf den Grund gucken kann, weil wir natürlich Brandung haben. Das hast du sehr schön gelöst. Höchstwahrscheinlich unter Einsatz eines Polfilters, nehme ich mal an. Auch du bist herzlich eingeladen, hier in die Anmerkung zu posten. Dein Gelb hat so einen leichten Gelbstich. Den finde ich auch nicht so gelungen, wenn ich ehrlich sein soll, aber insgesamt ein ganz gutes Landschaftsfoto. Von Birgit Stange haben wir dieses Bild hier, was Morgennebel über der Saale zeigt. Ja, Birgit, sehr schön gemacht. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Lichtstimmung. In diesem Fall finde ich den Rahmen. Den du mit diesen Bäumen geschaffen hast, auch sehr gelungen. Also besonders, dass er auch noch in der Tiefe gestaffelt ist. Also, dass wir oben und explizit auch rechts am Bildrand noch Blätter im Vordergrund haben, die nochmal wieder unschärfer sind. Das finde ich sehr gelungen, sehr gut an den richtigen Stellen positioniert. Ein bisschen schade finde ich vielleicht den Totenast, der dort unten links im Bild ist, oberhalb deines Logos. Und zwar gar nicht den, der da ins Wasser reinragt, sondern der, der dann wieder rausragt. Das ist derselbe, schon klar, bei das Stück, was da wieder rausragt. Das irritiert mich so ein ganz kleines bisschen. Ansonsten ganz tolle Lichtstimmung, schöner Blick ins Zentrum. Wenn da jetzt so ein Ruderboot wäre mit so jemandem, der darauf angelt oder sowas, wäre das ein Träumchen oder zwei Schwäne schwimmen würden. Aber auch so wirklich eine gelungene Landschaftsaufnahme, die eben überwiegend vom Licht profitiert. Von Dirk Gördel haben wir hier eine Alpenhütte. Und zwar ist das fotografiert in Richtung Zugspitze. Also, ich nehme mal an, dass das rechts in den Wolken die Zugspitze ist, ohne es ganz genau zu wissen. Ja, Dirk, auch das ist dir gut gelungen. Ein gutes Landschaftsfoto. Schön tief gegangen, schön da durch die Hütte von den Bergen hinten separiert. Auch sehr schön belichtet, sehr schön kontrastreich belichtet. Also das Histogramm schön genutzt von rechts nach links. Das finde ich sehr gelungen. Was mir nicht so gut gefällt, sind zum einen die Stromleitungen rechts im Bild und auch das zweite Haus, also die zweite Hütte, die dort so unterhalb der Zugspitze da vor dem Wald steht. Das hätte ich auf alle Fälle irgendwie versucht zu beseitigen. Natürlich sind die Stromkabel nicht so ohne weiteres, auch digital nicht so ohne weiteres zu beseitigen. Ich glaube, da arbeiten auch gerade welche dran und haben das Ding geerdet. Also ich kann mich täuschen, aber so sieht das für mich aus. Ist mir schon klar, dass es mit Aufwand verbunden ist, aber den Aufwand hätte ich betrieben. Oder aber viel, viel tiefer gehen und ein bisschen dichter an die Hütte ran. Also du gehst mit der Kamera noch viel tiefer, sodass das Gras vor den Wald, wo die Stromkabel sind, noch vorragt. Dazu musst du ein bisschen nicht näher an die Hütte rangehen und ein bisschen weitwinkliger arbeiten, weil ansonsten ist die Hütte nicht mehr im Bild, wenn du jetzt viel tiefer gehst, weil das Gras auch die Hütte halb verdeckt. Aber das zum Beispiel wäre vielleicht noch eine Lösung gewesen. Mir gefällt die Struktur im Himmel. Die sieht auch gut belichtet aus, auch gerade so im oberen Bereich. Da gibt es noch so leichte Unschärfen. Lass mich mal ganz kurz gucken. Das ist hier mal eine halbe Sekunde belichtet. Das finde ich ganz schön gemacht und insgesamt ein ganz gutes Anschlussfoto. Von Christian Trecher haben wir hier auch eine Landschaftsaufnahme eingesandt bekommen. Und zwar eine, die er in Selin auf Rügen fotografiert hat. Ja, da war ich auch schon. Jetzt geht es los, dass die Menschen diese Steinhaufen auf Baumstämmen machen. Ich werde verrückt. Also gut, meine Meinung zum Thema Steinhaufen hast du schon gehört. Insofern die lassen wir jetzt hier in diesem Bild mal. Denn ansonsten würde der Baumstamm für sich alleine auch toll genug sein. Er hätte mal vielleicht noch ein bisschen drehen können, ein bisschen anders hinlegen, den Vordergrund so machen, dass er gut aussieht. Aber den Steinen, darauf braucht wirklich meiner Meinung nach niemand. Toller Kontrast aus Blau und Orange. Komplementärfarben, dem Komplementärfarbenkreis gegenüberliegen. Deswegen ist das sehr gelungen. Ich mag auch die durchgehende Schärfe von vorne bis hinten. Das gefällt mir auch. Am Horizont sehe ich so ein paar Windräder stehen, höchstwahrscheinlich, oder zumindest Masten. Da würde ich mal ganz kurz noch mit der Bereichsreparatur rübergehen. Ansonsten aber eine stimmungsvolle Landschaftsaufnahme. Von Andreas Zorn kommt diese Einsendung. Ah, jetzt ruhig Andreas Zorn lese. Kurzer Hinweis hier zwischendurch für alle, die mir schreiben und so weiter. Natürlich trauen hier manche Namen häufiger auf und manche weniger häufig. Das hängt zum einen damit zusammen, dass wir das rein zufällig zusammenwürfelnd, wer jetzt hier gerade besprochen wird. Ihr seht es, das Bild von der Brigitte, was sie jetzt gerade mal 14 Tage alt ist, also gemacht ist, war das erste Bild in dieser Folge. Das hängt damit zusammen, dass wir diese Landschaftsfotos eben nach meinem eigenen Urlaub und der Bechtes-Garsten-Reise hier schnell zusammengesammelt haben für diese Folge. Und zwar einfach aus den vorhandenen Bildern, welche wahllos rausgepickt haben, ohne auf die Namen zu gucken, sondern nur auf die Thumbnails. Und zum anderen ist es so, es reichen natürlich manche mehr Bilder ein und manche weniger. Tut mir trotzdem gefallen, schickt maximal eins bis drei Bilder. Aber wenn ihr merkt, die drei Bilder sind besprochen oder zweite drei Bilder, dann könnt ihr gerne neue schicken und dann seid ihr auch regelmäßig mit in diesen Folgen vertreten. So wie der Andreas, denn ich weiß ganz genau, dass ich von ihm schon diverse Bilder besprochen habe. So Andreas, sehr schöner Sonnenuntergang. Gefällt mir sehr gut. Was mir nicht gefällt, ist der Flair. Das ahnst du es wahrscheinlich. Den hättest du auch locker da unten wegstempeln können. Der ist hier unten dort, wo die Ecke des Geländes von dieser Holzplattform ist. Da ist ein bunter Flair aus der Gegend-Situation. Ein Flair, das kann ganz schön aussehen. Der sieht nicht so richtig schön aus, denn weiter oben, dort wo die etwas langgezogene Wolke oben rechts im Bild ist, da ist ja auch noch ein Flair und der fällt kaum auf und sieht auch deutlich besser aus als der hier unten. Da wollen wir ganz kurz gucken. Horizont ist schön gerade. Hinten fahren zwei große Fähren, wenn ich das richtig sehe. Die hätte ich vielleicht auch an einer Stelle noch beseitigt. Aber insgesamt eine stimmungsvolle Aufnahme. Auch hier das Histogramm schön benutzt, dass auch Tiefen im Bild sind und das Bild einen ordentlichen Kontrast bekommt. Das gefällt mir gut. Von Olaf Spöllmink haben wir dieses Bild eingesandt bekommen. Und der Olaf, der hat ganz offensichtlich irgendwo in den Dünen auch am Meer fotografiert. Sehr schön. Schön, dass du da eine Person mit ins Bild genommen hast. Die steht auch an einer ganz guten Stelle. Die könnte sogar noch ein bisschen weiter rechts im Bild stehen. Aber gerade noch so okay, würde ich sagen. Es hilft auch einfach, die Größe besser einschätzen zu können. Ein bisschen schade finde ich dieses rote Zeug, was da mitten zwischen dem Dünengras ist. Ich weiß, ob da ein Mülleimer steht oder ein Hinweisschild oder irgendwas. Das hätte ich an einer Stelle noch beseitigt. Wenn ich meine, auch da weiter hinten noch ein paar Personen mitten in den Dünen stehen zu sehen und Schilder und all so ein Kram am Weg. Wie auch immer. Ich will nicht lange rummäkeln. Das Bild gefällt mir gut. Ich finde die Linienführung, die aus dem Weg resultiert, gut. Ich finde, wie der Mann da die Schrittbeinhaltung hat aufgrund des Schrittes, den er da macht, sehr gut. Ich finde den Himmel gut rausgearbeitet. Ich kann sogar damit leben, dass der Horizont relativ mittig ist. Hätte dir aber empfohlen, einfach oben noch ein bisschen was abzuschneiden. Schön in das 16 zu 9 Format zu kommen und dann einfach oben ein bisschen von den Wolken was wegzulassen. Aber nichtsdestotrotz, schöner Farbkontrast, schönes Bild, gutes Anschlatsfoto. Von Andreas Kauder haben wir diese Einsendung hier. Und der Andreas, der hat auch irgendwo im Gebirge fotografiert. Da kann ich nicht genau sagen, wo es ist. Mir gefällt sehr gut, wie die Boote hier im Wasser liegen. Mir gefällt nicht so gut, wie die unten doch sehr stark angeschnitten zu sein scheinen. Ich weiß, das sind sie nicht, aber Andreas, wir kennen uns gut. Du weißt, dass es mir zu spack ist, weil ich sehe da unten am Rand auch noch quasi drei Pixel von diesem Holzdeck, wo die angebunden sind, also von dem Steg. und das ergibt so für mich gar keinen Sinn. Ich mag den umgefallenen, umgestürzten toten Baum, der da im Wasser liegt. Und ich bin ein großer Freund davon, dass Dinge liegen gelassen werden in den europäischen Alpen und die Natur sich dort ein bisschen sich selbst überlassen wird. Wer sich dazu was angucken möchte, guckt mal in meinen Vlog von der Fotoreise nach Berchtesgaden gern rein. Ich mag die bunten Boote. Ich mag auch, wie du es rausgearbeitet hast. Ich finde auch den Kontrast aus diesen kleinen Ruderbooten und den Kontraststreifen des Fliegers, der da oben über die Alpen fliegt, cool und ganz offensichtlich Richtung Süden. Das mag ich alles insgesamt sehr. Wie gesagt, unten ist es mir einfach zu eng beschnitten. Von Matthias Labusch haben wir hier vom Auerlandsfjord in Norwegen ein Bild. Ja, Auerlandsfjord, Norwegen, Hinweis für euch. Ich möchte im nächsten Jahr und ich werde im nächsten Jahr mit Hurtigruten eine Fotoreise nach Norwegen machen. Zwei Wochen, also Bergen, Spitzbergen, Bergen. Wer da Bock drauf hat, schickt eine Mail an frank at bestefotoschule von welt.de. Da nehme ich euch in den exklusiven Verteiler, der die Infos zu dieser Reise vor allen anderen bekommt, nämlich etwa 14 Tage bevor alle anderen die bekommen. Da solltet ihr unbedingt eine Mail schicken. Gerne mit dem Betreff Hurtigruten oder Norwegen, dann können wir euch schon zuordnen. So, jetzt gucken wir auf das Fjordfoto hier. Was mir gut gefällt, ist auf dieser Seite des Fjordhanges rechts am Rand die Einfärbung der Bäume. Nicht so gut gefällt mir, dass die Straße und die Dörfer unten drauf sind, weil du die so leicht hättest vermeiden können, indem du einen halben Schritt zurückgegangen wärst oder die Kamera ein bisschen tiefer genommen hättest, sodass die Bäume ein bisschen mehr davor ragen. Ich weiß, dass der Winkel natürlich aus der Entfernung sich nicht so schnell ändert, aber sagen wir mal, von ich stehe aufrecht oder ich bin in den Knien oder hab die Kamera auf dem Boden, wahrscheinlich hätte das schon gereicht. Die Lichtfärbung gefällt mir, die Wolkenfärbung und die Wolken am Himmel insgesamt von ihrer Struktur und von ihrer Durchzeichnung und auch ihre Anmutung gefällt mir. Nach hinten hin, dass es so ein bisschen dunstig und diffus wird, finde ich auch ganz schön gelöst. Ich finde es insgesamt ein ganz gutes Landschaftsfoto, wobei ich mir in diesem Fjord tatsächlich so ein schönes Postschiff von den Hurtigruten wünschen würde, einfach um das Bild noch ein bisschen malerischer zu machen. Das wäre ganz schön, finde ich. von Marion Wurzinger haben wir hier eine Einsendung, die abkühlen hilft. Die liegt ganz offensichtlich schon im Moment, also auch wichtig und sinnvoll, dass hier jetzt besprochen wird. Eine Landschaftsaufnahme mit frostigen Temperaturen. Marion, was du schön gemacht hast, ist, dass du gegen die Wasserrichtung fotografiert hast. Das ist gut gelungen. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Schärfentiefe hier vorne nicht ausreichend ist, um das hier mit scharf abzubilden. Selbst der Stein, der am Wasser liegt, wirkt schon so ganz leicht unscharf. Und das, obwohl du mit 14, Blende 14 fotografiert hast, da warst du ganz offensichtlich ein ganz kleines bisschen dicht dran, wenn ich mir das so angucke. Ja, ansonsten finde ich die Belichtungszeit ganz gelungen. Die passt ganz gut zu dem Wasser und man sieht sehr schön bei deiner Belichtungszeit hier von zweieinhalb Sekunden trotzdem noch ein bisschen Struktur hinten von dem Reinfließen und besonders hier von den Luftblasen, die sich daraus ergeben, von dem Reingeplätscher da hinten in der Mitte des Bildes. Mir gefällt auch das Grün ganz gut. Insgesamt wirkt das Bild so ein ganz kleines bisschen unscharf. Auch links oben fehlt es an Schärfe. Woran das liegt, kann ich nicht beurteilen, ob das verwackelt ist oder was da los ist. Das könnte alles ein bisschen schärfer sein. Aber eine gute Idee und eine ganz gute Stelle zum Fotografieren, vielleicht müsste das Wasser nicht ganz so mittig in das Bild reinfließen. Max Studer hat hier am Pfefecker See ein Bild angefertigt und was ich hier richtig cool finde, lieber Max, das ist ganz klar, dass du sowohl es geschafft hast, dass der Grund des Sees zu sehen ist und das Seegras, was am Grund des Sees ist, als auch die Spiegelung sehr gut rauskommt. Das ist wirklich wunderbar gelungen. das ist wirklich richtig geil und macht das Bild zu einem besonderen Bild. Die Spiegelung ist zudem sehr schön klar. Ich finde auch die Abgrenzung rechts und links sehr gut, dass wir das Gefühl haben, dass es noch weiter geht. Gleichzeitig stehen aber relativ dunkle Bereiche der Bäume. Das hast du gut gelöst. Der Himmel ist sehr gut durchzeichnet und vor allem auch hier sind die Wolken sehr schön. Im Hintergrund, hinter den Bäumen erahne ich so ein paar Gebäude, da hätte ich vielleicht noch so ein ganz kleines bisschen nachgearbeitet, weil es sieht so aus, als hättest du in der Spiegelung nachgearbeitet und oben nicht. Das ist natürlich nicht so, weil die Bäume spiegeln sich natürlich erst auf einer bestimmten Höhe aus dem einfachen Grund, weil sie ein Stück zurück vom Uferstreifen stehen. Aber da hätte ich einfach noch ein bisschen die Häuser wegretuschiert. Ansonsten, ja, sehr schön gemachtes Landschaftsfoto und das Ganze ohne großartige Tiefe, also ohne großartiges Vordermittel und Hintergrund, aber genau das macht dieses Bild auch so ein kleines bisschen auswendig. Von Egon Furrer haben wir eine Aufnahme auch aus der kälteren Jahreszeit oder aber beim Egon bei euch in der Schweiz ist es noch so kalt. Nein, das ist jetzt natürlich nicht, dass da auf den Wiesen auch Schnee liegt. Ja, du hast es hier Himmel in Flammen genannt. In der Tat, der Himmel scheint zu brennen. Das ist wohl wahr. Was mir nicht so gut gefällt, ist unten der Anschnitt von diesem Gebäude mit diesem Glasdach, was ich da sehe. Höchstwahrscheinlich hat das irgendwas mit Skitourismus zu tun. Da stehen glaube ich noch weitere Häuser unten am Bildrand im Vordergrund und ragen das Bild rein. Das macht gar keinen Sinn. Da hättest du viel Körper schneiden können. Also wir hätten durchaus unten auf den Teil verzichten können und nur so eine leichte Silhouette von den Bergen, die unten reinragt. Das hätte in diesem Fall gereicht. Dann probiere mal unten ungefähr 10% des Bildes abzuschneiden. Also etwa ab der Spitze dieses Kuppeldaches, was rechts unten in der Ecke im Bild ist. Ich glaube, dann wird das Bild nochmal eine ganze Ecke besser. Ansonsten mag ich auch hier die Kontraste. Ich finde es sehr schön, dass es so hart kontrastig ist und wir sehr viel Dunkles im Bild haben. Das sorgt für diese mystische Stimmung und trägt dazu bei, dass es einfach tatsächlich noch ein kleines bisschen gespenstischer aussieht. Und das finde ich, hast du wirklich schön gelöst. Von Norbert Zessack haben wir eine Aufnahme, die ist am Jänner gemacht. Ja, Norbert, sehr schöne Aufnahme am Jänner. Lass mich gucken, ob ich eine der Almen auf die Schnelle erkenne. Nein, von hier oben nicht. Vielleicht kannst du noch ein bisschen für Aufklärung sorgen. Am Jänner war ich auch noch, wie gesagt, guck nochmal in den Vlog. Das ist ein relativ neues Video auf dem Kanal. Erzählen werde ich das gerade mal. Und ich war privat und noch auf dem Jänner zum Murmeltiere fotografieren. Ich mag deine Aufnahme. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Sehr viel. Es ist schön herbstlich. Der Jänner ist ja jetzt demnächst auch wieder ein bisschen mehr bevölkert. Bis zur Mittelstation wird ja schon wieder gefahren. Dann werden auch wieder mehr Menschen sein. Aber ja, ich finde es eine sehr schöne Natur dort direkt am Königssee auf dem Berg. Und habe das sehr genossen. Und dein Bild sieht auch wirklich toll aus und nach Genießen. Ich mag es, wie dieser Weg hier durch das Bild führt an den einzelnen Almen vorbei. Und wie gesagt, ich mag die Baumfärbung und die Tatsache, dass es Herbst zu werden scheint. Richtig schöne Landschaftsaufnahme. Ich weiß nicht, ob du sie aus dem Kopf daraus gemacht hast. Ich glaube nicht. Du stehst jetzt wahrscheinlich hier oben, weil der Vordergrund doch noch relativ nah ist. Das heißt, du wirst da sehr wahrscheinlich gestanden haben. Das Ganze ist mit 45 mm Brennweite fotografiert, damit ihr so ein Gefühl da bekommt. Das heißt, es entspricht in etwa unserem menschlichen Blickwinkel. Und ja, das kommt sehr gut hier rüber, sehr gut raus. I like it very much. Sehr schöne Landschaftsfotos dabei gewesen. Ich bin beeindruckt. Ich bin stolz auf euch. Ich finde es super, dass die Community hier so coole Fotos einsendet. Und das müsst ihr ja nicht nur machen, um mir zu gefallen, sondern ich merke einfach, ihr werdet besser. Ihr nehmt meine Ratschläge an. Ich sehe das in allen euren Fotos und das freut mich wahnsinnig. Genauso soll es sein. Lasst uns gemeinsam weiter hier an euren fotografischen Skills arbeiten. Und das könnt ihr auch natürlich noch zu beitragen, dass andere davon profitieren, indem ihr einfach das Video teilt, es in eurem Fotoclub rumerzählt, euren Fotofreunden sagt, dass es hier die Bildgesprächung gibt. Würde ich mich super freuen, wenn hier samstags noch mehr Menschen einschalten würden. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Immer schön dran denken. Wir zwei, wir sehen uns vielleicht spätestens auf dem Landschaftsfotoworkshop im Piezmo im November. Ich sage nur, Mordristess. Oder ansonsten auch hier auf dem Kanal. Wieder.